Conny Reimann droht dem TV-Sender mit dem aus seiner TV-Show. Doch was ist bei den Reimanns bloß geschehen? Neue Folgen von Willkommen bei den Reimanns starten am 19. November. Seit 2004 lassen sich Manu, 55, und Conny Reimann, 68, von Fernsehkameras begleiten. Im selben Jahr wanderte das Paar mit den Kindern Jason, 33, und Janina, 36, in die USA aus. Inzwischen wohnen Manu und Conny nicht mehr in Texas, sondern auf Hawaii, doch die Fernsehteams sind ihnen geblieben. Allerdings haben die Reimanns seitdem die Sendeanstalt gewechselt. Während sie am Anfang noch in RTL bzw. VOX-Formaten wie Goodbye Deutschland. Die Auswanderer und die Reimanns, ein außergewöhnliches Leben zu sehen gewesen sind, fühlen sich die Greencard-Gewinner heute bei der ProSieben, sagt, 1 Gruppe, besser gesagt beim Senderkabel 1, wohl. Seit Januar 2022 wird dort Willkommen bei den Reimanns ausgestrahlt. Über neue Folgen dürfen sich die Fans ab dem 19. November 2023 freuen. Dann erscheint wieder jeden Sonntag eine neue Ausgabe. Doch wie lange werden sich Conny und Manu noch in der Öffentlichkeit zeigen wollen? Conny Reimann wehrt sich gegen TV-Skript. Der Ton wurde etwas rauer. In ihrem am 5. Oktober erschienenen Buch Einfach machen, wie unsere Träume Realität wurden und unser Leben zum Abenteuer, berichten Manu und Conny Reimann laut der Westen davon, dass ihre eigene TV-Show bereits mehrfach vor dem Aus gestanden hat. Zumindest, wenn es nach Conny geht. Als Manu im Jahr 2004 auf die Produktionsfirma aufmerksam wird, muss sie zunächst große Überzeugungsarbeit leisten, damit ihr Liebster einwilligt. Erst als ich das Argument brachte, dass es doch auch für die Kinder schön sein würde, professionelle Videos von unserer Auswanderung zu haben, schreibt sie im Buch. Zu Beginn der Dreharbeiten sei Conny noch sehr zufrieden mit der Umsetzung der TV-Show gewesen. Denn, es ist kaum etwas nach Skript gedreht worden. Das habe sich mit der Zeit jedoch drastisch verändert. Irgendwann wurde der Ton dann etwas rauer, wenn wir Sachen hinterfragt haben oder uns gegen so manche Geschichte auch mal werten. Wir wollten zum Beispiel einfach nicht im Schlafzimmer gefilmt werden. Das ist doch auch normal, dass man das nicht will. Und auch wenn wir nicht geskriptet wurden, wurde schon versucht, gewisse Situationen auch mal künstlich herbeizuführen. Ärgern sich die Reimanns über die Anfänge ihrer Fernsehkarriere. Deshalb soll sich Conny nicht einmal davor gescheut haben, mit dem Aus der Sendung zu drohen. Dann gibt es die Reimanns eben nicht mehr. Dann gibt es die Reimanns eben nicht mehr.